Herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Heute sehen wir uns wieder einige sehr spannende Themen an. Zum einen geht es um den London Hard Fork von ETH und wann dieser kommen wird. Außerdem geht es um den laufenden Ripple Prozess und was wir hier in der Zukunft noch zu erwarten haben. Und zu guter Letzt geht es um die Bitcoin Hashrate, die einen 8 Monats Low erreicht hat. Warum das genau passiert ist und was in Zukunft zu erwarten ist, betrachten wir gleich. Wenn dir diese Themen jetzt schon gefallen und auch in Zukunft keine Videos mehr verpassen möchtest, dann lass doch gerne direkt erstmal einen Daumen nach oben da und abonniere meinen Kanal. So sehen wir uns das allererste Thema an und hierbei geht es vor allem um die Entwicklung von ETH. Denn der London Hard Fork wurde nun angekündigt und wird wahrscheinlich am 24. Juni auf einigen Testnetz bereitgestellt. Das Ganze ist lange erwartet, denn diese Geschichte bringt nun mal viele Vorteile mit sich, die wir uns gleich angucken werden. Denn wichtig ist hierbei erst einmal, dass dieser Ethereum Hard Fork London in dem Fall auf drei verschiedenen Testnetz der Smart Contract Plattformen implementiert wird. Was also bedeutet, dass wir also mit dem Testnet Robson, Gurley und Ringby starten werden. Das heißt also am 24. Juni geht es dann los. Am 30. Juni kommt dann der zweite Release und am 7. Juli der dritte. Wir wissen aber zum heutigen Zeitpunkt immer noch nicht, wann das Mainnet mit dem Upgrade dann ausgestattet wird. Es rückt damit aber immer näher und wird immer greifbarer. Das Ganze muss ich dann aber natürlich erst einmal in den Testnetz hier beweisen. Das Ganze muss funktionieren. Es muss natürlich die Erwartungen erfüllen. Ansonsten macht es natürlich wenig Sinn, das Ganze dann ins Mainnet mit zu übertragen. In dem Fall handelt es sich um sogenannte Ethereum Improvement Proposals. EIP ist in dem Fall vor allem. Der EIP 1559 ist der interessanteste, auf den das ganze Augenmerk gelegt wird. Denn dabei geht es vor allem um die Transaktionsgebühren, die grundsätzlich und grundlegend überarbeitet werden sollen. Viele gehen davon aus, dass wir durch EIP 1559 eine Gebührensenkung von 50 Prozent erreichen werden. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr. Das wäre natürlich extrem stark, denn das würde natürlich bedeuten, dass die gesamte Community im ETH-Kontext, im DeFi-Bereich, im Smart-Contract-Bereich, in verschiedenen Bereichen einfach dann grundsätzlich davon profitieren und keine horrenden Gebühren mehr für ihre ETH-Transaktionen bezahlen müssen. Auch zum Beispiel den US-Dollar-Tether hier zu verschicken als ERC-20-Token kostet nun mal unglaublich viel Geld. Und das betrifft natürlich auch viele weitere Kryptowährungen. Umso wichtiger ist es, dass diese Implementierung nun mal stattfindet. Nun muss sie sich erst einmal unter Beweis stellen und zeigen, dass es wirklich funktioniert. Viele erwarten, dass das einer der stärksten Katalysatoren für ETH sein wird, den es vor ETH 2.0 gibt. Dass also auch in dem Atemzug vor allem der Preis nochmal reagieren soll. Ich bin sehr gespannt, ob das wirklich passieren wird oder nicht. Vor allem eben auch, ob das Ganze wirklich in der Art und Weise funktioniert. Und wann es dann letztendlich im Mainnet implementiert wird. Das sind die wichtigen Fragen. Hier gibt es aber, wie gesagt, noch kein Datum, noch keine Deadline oder ähnliches, die kommuniziert worden sind. Wir werden aber in Zukunft definitiv noch wichtige Informationen in dem Kontext bekommen. Und auch langfristig gesehen hat ETH sicherlich noch einiges an Potenzial. Falls du dich grundsätzlich mit dem Thema Bitcoin und Kryptowährungen auseinandersetzt, dann solltest du dir unbedingt mal die ersten beiden Links in der Videobeschreibung angucken. Sehen wir uns das zweite Thema an. Und hierbei geht es vor allem um den Ripple-Prozess. Das Ganze zieht sich ja schon relativ lange. Das wissen wir, weil sich Ripple Labs-Gründer dagegen entschieden haben, einen Vergleich hier anzustreben. Der wäre theoretisch schon möglich gewesen und deswegen wird das ganze Thema deutlich größer und vor allem weitreichender sein, als wir es aktuell wahrnehmen. Der grundsätzliche Vorfall, den kennen wir ja alle schon. Da ging es darum, dass die SEC gegen Ripple Labs eine Klage eingereicht hat. Denn sie bezichtigen in dem Fall Ripple Labs der Verkäufe von illegalen und nicht registrierten Wertpapierangeboten in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar. Da hat die SEC natürlich ein großes Interesse daran, hier diesen Prozess zu gewinnen. Auf der anderen Seite werden sie aber auch nicht das Ganze so eingeschätzt haben, wie es nun gerade stattfindet. Das also Ripple Labs massiv dagegen hält, dass sie sehr, sehr viele Schritte und Teilerfolge erringen konnten und es gerade so aussieht, als würden sie das ganze Thema hier verlieren. Ich bin sehr gespannt, wie es hier weitergehen wird. Dann wahrscheinlich wird der Fall erst 2022 auch komplett vor Gericht dann ausdiskutiert. Denn es gibt jedes Mal, wenn es irgendwelche Teilerfolge gibt, eben auch Aufschiebungen von Anträgen und ähnliches. Heißt also, zum Beispiel muss ja die SEC Dokumente offenlegen in Bezug auf Bitcoin, ETH, XRP und so weiter, wie das Ganze offen oder beziehungsweise eingeschätzt wurde. Das Ganze sollte eigentlich bis zum 18. Juni offengelegt werden. Nun ist es aber so, dass am 14. Juni ein Antrag eingereicht wurde, um also diese Fristen um weitere zwei Monate zu verschieben. Das Ganze wurde auch direkt durchgewunken, was natürlich bedeutet, dass die SEC viel mehr Zeit hat, diese Dokumente zusammenzutragen, sich Informationen zu organisieren und auf der anderen Seite auch die Verteidigung weiter aufzubauen. Dann geht es theoretisch weiter, dass am 2. Juli auch die ganzen Mails betreffend Bitcoin, ETH und XRP offengelegt werden müssen. Bereits 25.000 E-Mails wurden gesammelt und Zehntausende Dokumente müssen noch überprüft werden. Am 31. August geht es dann eben weiter, denn hierbei geht es um die Verlängerung der Durchführung der Tatsachenfeststellung. Das Ganze wird wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen nach hinten geschoben. Und das bedeutet auf der anderen Seite, dass die SEC, aber auch Ripple die Möglichkeit haben, mehr Argumente aufzuarbeiten, aufzupolieren und Beweise zusammenzutragen. Und am 15. Oktober müssen dann erst einmal die Geschichten rund um die Expert-Discovery-Geschichte zusammengetragen werden. Das heißt also die Sammlung von Beweisen von Experten auf ihrem Gebiet. Und erst anschließend kann es dann auch zu einem wirklichen Prozess kommen. Dieser muss dann natürlich auch erst einmal einberufen werden. Hier werden sicherlich auch noch mal Fristen nach hinten geschoben. Und dann werden wir voraussichtlich 2022 im besten Fall eine Entscheidung sehen. Das wäre wünschenswert. Im besten Fall natürlich eine, die zugunsten von Ripple Labs ausgeht. Vor allem, weil langfristig gesehen sich das natürlich maximal positiv auf die Kurse auswirken wird. Und weil es auf der anderen Seite natürlich ein wichtiger Präzedenzfall wäre, wenn also Ripple Labs dieses Thema hier gewinnt, ist das natürlich eine starke Signalwirkung gegen die SEC. Und vor allem hat dann die SEC auch in der Zukunft sicherlich nicht mehr in der Art und Weise die Möglichkeit, Krypto-Projekte in dieser Form anzugreifen. Sehen wir uns das letzte Thema an und hierbei geht es um die Bitcoin-Hashrate. Hier haben wir nämlich einen 8-Monats-Slow erreicht. Aufgrund dessen, dass die geniesische Regierung aktuell die Bitcoin-Mining-Anlagen ausschaltet. Aktuell sind wir nämlich tatsächlich auf einem Niveau von 91,2 Exahash die Sekunde unterwegs. Und das ist noch mal eine Korrektur von knapp 46% seit Mitte Mai. Dort lagen wir bei 171 Exahash als absoluten Höchstwert. Aber auch die Mining-Rentabilität ist ordentlich nach unten gegangen, denn wir reden hier nicht mehr von einem Höchststand von 0,449 US-Dollar pro Tag pro Tera-Hash pro Sekunde, sondern wir reden hier nur noch von 0,226 US-Dollar, was natürlich schon ein herber Einschnitt ist. Das Ganze ist deswegen so brisant, weil die chinesische Regierung ein großes Problem mit dem Thema Bitcoin-Mining hat und in verschiedenen Regionen nun die Abschaltung von Mining-Zentren initiiert hat. Das Ganze bedeutet natürlich, dass die Hashrate ordentlich nach unten geht. Das sehen wir hier auch relativ gut in der Übersicht, wie vor allem in der letzten Zeit die Hashrate nach unten konsolidiert ist in vielen verschiedenen Mining-Pools, die eben auch vor allem in China minen und weitere Provinzen werden wahrscheinlich auch attackiert und in Zukunft dazu gezwungen, das ganze Thema Bitcoin-Mining direkt erstmal abzuschalten. Das wird zur Folge haben, dass wir nicht nur eine sinkende Hashrate haben, damit weniger Sicherheit in der Blockchain. Auf der anderen Seite wird das auch bedeuten, dass der Preis sich auf jeden Fall nochmal anpassen wird, dadurch, dass ja die Mining-Profitabilität und Rentabilität weiter nach unten geht und auf der anderen Seite natürlich auch die Miner ihre Kosten decken müssen. Das Ganze wird sicherlich nochmal den einen oder anderen Abverkauf bedeuten. Langfristig gesehen, falls sich diese Mining-Zentren aber dazu entscheiden sollten, weitere Standorte aufzusuchen, kann das natürlich auch in weiterer Folge nochmal eine Art Startschuss bedeuten, gerade wenn man dann vielleicht nochmal deutlich günstiger unterwegs sein kann, weil man zum Beispiel Geothermie oder ähnliches benutzt fürs Mining, kann es natürlich nochmal zu einer ordentlichen Explosion kommen, sobald das ganze Thema Mining aus China ausverlagert wurde und in einem anderen Land stattfinden kann. Deswegen ist das sicherlich langfristig gesehen auch gar nicht so kritisch zu betrachten. In der aktuellen Situation wird es und könnte es bedeuten, dass hier einige Miner nicht mehr rentabel unterwegs sein können. Wir werden aber erst in einigen Wochen sehen, wie sich das wirklich dann auf die Kurse usw. ausgewirkt hat. Gut, ich hoffe euch hat dieses kurze und informative Video gefallen. Falls es so war, würde ich mich riesig über den Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erst mal ein Abo dalassen. Ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao!